In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bielstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse der Mercedes-Benz S-Klasse W221 mit 4MATIC. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedermodule immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bielstein Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die Räder. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig oben am Luftfedermodul, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Demontieren Sie die oberen Befestigungen des Luftfedermoduls. Demontieren Sie die Anlenkung des Höhenstandssensors. Trennen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitungen des Luftfedermoduls. Überprüfen Sie die Leitungen und Steckverbindungen auf eventuelle Schäden. Lösen Sie den Bremsschlauch aus der Halterung. Demontieren Sie die untere Befestigung des Luftfedermoduls am Querlenker. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Die Montage der neuen Luftfedermodule erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Demontieren Sie den Halter des Bremsschlauchs am alten Luftfedermodul und montieren Sie diesen am neuen Modul. Verwenden Sie hierfür die im Lieferumfang enthaltenen Kabelbinder. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und verschrauben Sie es mit der unteren Befestigungsschraube am Querlenker. Beachten Sie hierbei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Montieren Sie die oberen Befestigungsschrauben. Montieren Sie den Bremsschlauch am zugehörigen Halter. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen und befestigen Sie die Zuleitungen in den zugehörigen Haltern. Montieren Sie die Anlenkung des Höhenstandsensors. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Montieren Sie die oberen Befestigungen des Luftfedermoduls. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entnehmen Sie vorsichtig den Dichtungsring. Erneuern Sie den Dichtungsring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie hierbei das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebereinrichtung ab. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebereinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens zwei Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebereinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebereinrichtung zulässig. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017